Hey Leute, kommt mit! Es geht zur Probe mit der Hagersner Moorband mit der Tänzerin Cordula Decker. Das wird cool! Was gibt ein Bandhund jetzt? Moin! Wie heißt ein Bandhund? Jazz! Wow! Also rein mit uns, oder? Ja! Wir proben nämlich heute in einer Tanzschule, weil wir eine Tänzerin dabei haben, klar! Bei Tabaia, der School of Dancing. Vor einem Jahr hätten alle gedacht, wir werden ein Knall. Jetzt finden es alle normal. So schön! Sieht gut aus! Das sollte man öfters machen in so einem Tanzstudio. Wack the dog! Das war's! Das war's! Das war's! Lichiii! Das war's! denn es gibt wieder ein konzert von der hagas namur band mit der tänzerin cordula decke an diesem sonntag im 28 märz 2021 bei hamburg stream dem live stream von musikern für musiker den besten hamburgers stream der besten stream in norddeutschland was die soundqualität betrifft finde ich deswegen empfiehlt es sich auch dann kopfhörer aufzusetzen oder das an einer anlage anzuschließen oder wer immer das macht aber hört es mit gutem sound weil es lohnt sich die machen einen sehr guten sound ich freue mich schon besonders darauf es gibt wieder sehr gute musik hier ist der direkte link ein 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 Amen. Und ein besonderes Highlight dabei wird natürlich die Zusammenarbeit mit der Tänzerin Cordula Decker sein, die für Sudoku eine eigene Jazz-Tanz-Choreografie erarbeitet hat, auf die ich mich persönlich schon ganz besonders freue. Gerade in diesem Videoformat im Gegensatz zu einem normalen Konzert, wo das vielleicht nicht so möglich wäre. Also schaltet ein am Sonntag, dem 28. März bei Hamburg Stream, um 20.25 Uhr geht's los und natürlich freuen wir und auch die Veranstalter sich sehr über jede Spende von euch. Vielen Dank und bis bald! Musik 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 Musik